Ich war jetzt gestern in Köln den ganzen Tag, deswegen ist das jetzt nur ein kleines Video, was ich jetzt gerade noch aufnehme. Und zwar, ich möchte ja gerne neben LS noch irgendein anderes Spiel bringen oder allgemein so eine Let's Play Serie machen. Da kann ich auch gerne mehrere Spiele spielen und dies wollte ich mit Facecam machen, weil viele sich Facecam gewünscht haben. Und ja, was meint ihr dazu? Wollt ihr noch andere Spiele neben dem Landwirtschaftssimulator hier auf meinem Kanal sehen oder nicht? Wenn ja, welche Spiele denn? Und ich denke ja mal mit Facecam, also dass ich dann oben rechts in einer ganz kleinen Box oder in einer großen Box, je nachdem, zu sehen bin. Das müsste ich dann noch schauen, ob das geht. Also das geht natürlich, das habe ich schon ausprobiert, aber ob das dann gut ankommt, das werden wir dann sehen. Also schreibt mal bitte ein paar Spielevorschläge unten in die Kommentare, welches Spiel ihr haben möchtet. Und wenn da jetzt Spiele doppelt stehen oder so, gebt einfach Daumen nach oben bei dem Spiel, damit ich dann sehen kann, welches Spiel dann am meisten gewünscht ist, dann kann ich das auch spielen. Aber bitte kein Barbie-Simulator. Danke. Okay. So, es ist jetzt spät nachts. Ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Von daher 3 Uhr nachts und ich sage, ich werde schlafen. Okay, wir haben jetzt 14 Uhr, wenn ihr das seht. Oder sogar später, aber okay. Gut. Dienstag gibt es dann wieder korrekte, geile Community-Mods. Und ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns wieder und macht's gut. Ciao.